Kandara Djebate Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kandara Djebate. Ich komme aus dem Senegal. Ich bin Familie Kastenmusiker. Ich bin seit zehn Jahren in den Orchesterkulturen. Das sind meine Familie Instrumente, das heißt Chora. Ich würde mal ein Stück spielen. Muss von Otto und O30 im Paar. Lulu ist die Pittsburgh. Kandara Djebate Amen.